Styling Tipps von den Götz Haar Styling Experten Wie style ich eine einfache, aber modische Frisur für heiße Urlaubstage? Wie kombiniere ich die Urlaubsfrisur mit sommerlichen Kleidern und Accessoires zu einem trendigen Gesamtlook? Im Urlaub stylen? Na klar, aber schnell und einfach muss es gehen, damit nicht sonnige Reisetage verloren gehen. Genau dafür eignet sich diese praktische Flechtfrisur. Für dieses Styling benötigst du die Götz Haarbürste, einen Götz Kamm und zwei Götz Mini Haarkrallen. Bürste das Haar sorgfältig mit der Götz Haarbürste, bis es gleichmäßig und glatt fällt. Nun kämpfst du mit dem Götz Haarkamm einen 4 cm langen Mittelscheitel an der Stirnseite. Teile auf der linken Seite einen kleinen Abschnitt von einem halben Zentimeter nach oben ab und unterteile diesen in drei gleich große Strähnen. Beginne, die drei abgetrennten Strähnen zu einem Zopf zu flechten. Dabei arbeitest du bei jedem Schritt das Unterhaar strähnenweise mit ein. Zum Schluss soll das gesamte Unterhaar mit eingeflochten sein. Den fertigen Zopf legst du vorsichtig um den Kopf herum und fixierst ihn mit einer Mini Haarkralle am Hinterkopf. Jetzt toupierst du das offene Resthaar auf der rechten Kopfhälfte wild durch. Gehe dabei abschnittsweise vor. Danach glättest du das toupierte Haar mit der Götz Haarbürste. Zum Schluss drehst du das toupierte und geglättete Haar gegen den Uhrzeigersinn ein und legst es um die rechte Kopfhälfte herum. Fixiere es mit einer Mini Haarkralle an der linken Hinterkopfseite. Diese praktische Flechtfrisur kannst du mit der blauen Trägerjeans und den gelben Sneakers zu einem trendigen Gesamtlook kombinieren. Mit dem farbigen Götz Make-up gibst du dem Styling die entscheidende Note.